ja ja komm auf seite auf seite auf seite auf seite auf seite auf seite alle sind sie im weg alle sind sie im weg warum sind sie alle im weg ich weiß es nicht wieso muss ich jetzt in so einer Tosse folgen ich verstehe es nicht da oben ist sie ich verstehe nicht wieso aber ich muss nicht fangen ja ok so und dann zack ach so ich so ah das Auto soll ich klauen ah ich verstehe ok und ging es also nur um das Auto jetzt macht das alles natürlich Sinn ha 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 das halbe nur bei gedacht hey riesiger Donut Donut ja warum nicht die Kopfs müssen irgendwo ihre Donuts her bekommen ok ja dann haben wir unser erstes Auto für unsere aber ja unser erstes Auto ne auch gar nicht beschädigt oder so aber unsere Jungs die haben das drauf die richten da schon wieder ne das ist ja klar können wir noch paar Dinge hier mitnehmen ein paar Palaternen und ein paar Autos ne können wir alles nur machen das ist alles drinnen gut es läuft Leute es läuft es läuft es läuft es läuft hopp ähm scheiße hier hätte ich rein fahren sollen ähm ja gut dann fahre ich hier rein nur ein bisschen Seitenstraßen-Style und so kommen wir auch ans Ziel ne ja ich ja effekt eingeparkt natürlich Natürlich. Aha. Schön. Ah ja, schön. Jo. Hat ja funktioniert und dann gleich wenn wir so daneben stehen hier. So, Test Drive. Okay. Hey, Carl! Es gibt zwei Autos auf der Liste. Zwei gleich! Boah! Sag bloß, jetzt stehen endlich die... Sag bloß, der Laden ist endlich volle Autos. Die davor ohne Autos waren. Ja, komm! Holen wir uns diese Autos. Und ich glaube, es ist tatsächlich diese... Garage leer. Ich mag dieses Ort, du weißt? Wo? San Piero, man. Ja, ja. Mein Haus wird immer die Varios und die Corona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh ja, sie ist wirklich in ihren Händen. Gut, ähm... Ja, lassen wir hier Cesar reden und so weiter. CJ. Sentimentale Gespräche. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ja, natürlich. und wie tatsache leute tatsache der in der second version der ersten stück was man er will kurs ist kein problem das ist nicht gut schon kommen Ja, das ist eine sehr gute Idee. Na ja, so klappt man Autos heutzutage. Oh, wir haben Nitro. Wie setze ich Nitro ein? Ich weiß es nicht mehr. Ja, aber wie setze ich denn? Aber wie denn? Ich weiß nicht, wie ich die Treinsätze... Ich sag, wie ich die Treinsätze spiele. Ja, ja, ja. Komm, sag nur wie die Treinsätze, Alter. Ach so. Ja, ihn gefunden. Der bringt aufgefunden. Yeah, Nitro, jetzt geht's auf. Okay. Ich wollte nur kurz Nitro antippen und jetzt hab ich Dauer auf Nitro. Ja, gut, egal. Aber jetzt scheint's leer zu sein. Na gut, jetzt scheint's leer zu sein. Wir müssen einfach nur die Cops abschütteln. Die Cops abschütteln. Okay, okay. Okay, okay. Oh Gott, er hat ne Abkürzung. Oh, hallo. Hallo, Kollegen. Oh! 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 Und wir gehen mit weiter. Oh! 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 Und wir müssen in das alles rauskommen! Und ich hab keinen Abkürzung zu sein. und jetzt hingeschissen mal über die ja gleich nicht da ich mache vor naja gut jetzt sind wir schon da hier Kopf im Bauch abgeschüttelt ja mein Auto sieht nicht ramponiert oder so oder so cool 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 aber ich äh schweichere jetzt ab und mache eine Aufnahmepause wir sehen uns dann ja wieder in der nächsten Aufnahme und dann machen wir weiter mit der ganzen Mission mit Torino und Autos klauen und was so alles dazugehört bis dahin ja alles Gute und tschödelü